In diesem Film möchte ich zeigen, wie ein Messgerät für Spannung bzw. Stromstärke angeschlossen wird. Eine einzelne Glühlampe ist dann an die Gleichspannungsquelle dem Netzgerät angeschlossen. Die Spannung U beträgt 6 Volt, die Stromstärke I ungefähr 0,3 Ampere. Die Leistung P ergibt sich als Produkt von Spannung U und Stromstärke I zu 1,8 Watt. Der Widerstand R berechnet sich aus der Spannung U dividiert durch die Stromstärke I zu 20 Ohm. Das Schaltdiagramm rechts zeigt die Gleichspannungsquelle oben und darunter als Kreis mit Kreuz die Glühlampe. Hierbei wurden Spannung und Stromstärke am Netzgerät abgelesen, welches übereingebaute Messgeräte verfügt. Um zu verstehen, wie die Messgeräte eigentlich angeschlossen werden, werden im Folgenden separate Messgeräte verwendet. Die Spannung wird jetzt durch ein Messgerät an der Glühlampe gemessen. Ein Spannungsmessgerät greift dabei die Spannung an beiden Seiten der Glühlampe ab. Es befindet sich nicht direkt im Stromkreis zwischen Netzgerät und Glühlampe. Durch das Spannungsmessgerät selbst fließt nur ein sehr kleiner Strom, da es selbst einen großen internen Widerstand hat. Ein Messgerät zur Messung der Stromstärke wird in den Stromkreis zwischen Netzgerät und Glühlampe zwischengeschaltet. Ein Kabel des Messgerätes wird an der Glühlampe angeschlossen, das andere am Netzgerät. Das Messgerät wird somit vom Strom durchflossen. Bei der Messung der Stromstärke hat das Messgerät nur einen kleinen internen Widerstand, sodass es den Stromkreis nicht beeinflusst. Das Messgerät kann sowohl zwischen dem Pluspol des Netzgerätes und der Glühlampe oder zwischen der Glühlampe und dem Minuspol des Netzgerätes angeschlossen werden. Die Stromstärke ist dabei gleich. Werden sowohl Spannung als auch Stromstärke gleichzeitig mit zwei Messgeräten gemessen, so wird wiederum das Messgerät für die Stromstärke in den Stromkreis zwischengeschaltet. Das heißt, es wird vom Strom durchflossen. Das Spannungsmessgerät greift dagegen die Spannung an beiden Enden der Glühlampe ab und wird praktisch nicht vom Strom durchflossen. Werden zwei Glühlampen so angeschlossen, dass jede mit dem Netzgerät direkt verbunden ist, nennt man das Parallelschaltung. Die Spannung von 6 Volt hat sich gegenüber der einzelnen Glühlampe nicht geändert. Die Stromstärke am Netzgerät ist allerdings von 0,28 Ampere auf 0,33 Ampere gestiegen, da die zweite Glühlampe nun zusätzlich Strom benötigt. Die eine Glühlampe ist noch genauso hell wie vorher. Die zweite Glühlampe ist dunkler, da es sich um eine schwächere Glühlampe mit nur 0,3 Watt handelt. Bei einer Spannung U von 6 Volt und einer Leistung P von 0,3 Watt der zweiten Glühlampe ergibt sich die Stromstärke I für die zweite Glühlampe als Division von der Leistung und Spannung zu 0,05 Ampere. Zusammen mit den 0,28 Ampere der ersten Glühlampe ergibt sich die gesamte Stromstärke zu 0,33 Ampere, wie es am Netzgerät angezeigt wird. Aber woher kennen wir die Leistung von 0,3 Watt der zweiten Glühlampe bzw. der Stromstärke von 0,05 Ampere des durch die zweite Glühlampe fließenden Stromes? Dazu brauchen wir nur Messgeräte für die Stromstärke in den jeweiligen Stromkreis einzubauen. Jede der beiden Glühlampen hat nun ein Messgerät für die Stromstärke. Wie bei der Messung der Stromstärke üblich wird das Messgerät in den Stromkreis zwischengeschaltet und vom Strom durchflossen. Da der Teilstromkreis jeder der beiden Glühlampen ein eigenes Messgerät enthält, kann damit die Stromstärke für jede Glühlampe separat gemessen werden. Durch die hellere Glühlampe fließt ein Strom mit einer Stromstärke von 0,28 Ampere. Durch die dunklere ein Strom mit einer Stromstärke von 0,05 Ampere. Die Summe ergibt die 0,33 Ampere am Netzgerät. Bei einer Reihenschaltung zweier Glühlampen sind diese hintereinander in den Stromkreis geschaltet. Von jeder Glühlampe führt nur jeweils ein Kabel zum Netzgerät und das andere verbindet die beiden Glühlampen miteinander. Um die Stromstärke mit einem separaten Messgerät zu messen, wird dieses wiederum in den Stromkreis zwischengeschaltet. Die Position des Messgerätes innerhalb eines Stromkreises ist dabei nicht von Bedeutung. Beide Messgeräte zeigen die gleiche Stromstärke an. Die Stromstärke ist innerhalb eines Stromkreises gleich. Zur Spannungsmessung der beiden Glühlampen in Reihenschaltung wird die Spannung an jeder Glühlampe einzeln abgegriffen. Da die Glühlampen verschiedene Leistungen haben, ist die Spannung an ihnen verschieden. Die Summe der einzelnen Spannungen ergibt die Spannung am Netzgerät. Die Allgemeine hacer größer. Zu passporten Kreuzhael mit Streicherät. Sozial Widersch령 die indukante nur jeweils an 24组 Centennial bewor casier, die das Streicherät geht. السicallyste Gamzeier ist bei 10 Stunden Low čcwynnen beim Interview in Reihenschaltung. Vielen Dank.